Bei Bagusa Mama Bloodbrew Oh, Snapmaster Kacken Ja, weg mit dem Pisser Das lustige ist, immer wenn Leute mich sehen, fragen die, ob ich aufnehme Das Ding ist, so... Nimm raus! Ja logisch, wenn ich Dungeons farme und im TS bin und so, warum soll ich das nicht aufnehmen? Aber das Ding ist, ähm... Jetzt bin ich angestupst Das Ding ist, wenn ich irgendwie, wenn Leute wissen, dass ich privat drauf spiele, irgendwie 10 Stunden online bin Und Leute dann die ganzen Fragen, ob ich aufnehme Ich meine, denken wirklich, ich nehme 10 Stunden am Tag auf und upload dann 15 Minuten davon Ja, früher im Offi Oha Oha, im Offi, stimmt Ja, Patrick muss das machen Patrick 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 Kick off Snap Ah, stimmt Der Regen Warte, ich feier dieses so Besen, äh, Tetris-Besen immer noch Kann jemand in Shiyama, bitte Kastik mit mir übertraden Ich hab Kast Gibt's ein Besen-Emoji? Hm? Warte, ich schau, ich schau Ja, schau Besen Was heißt Besen auf Dings, Alter? Bro oder irgendwie sowas Bro, ja Room Room, genau Room Gibt's nicht, schade Irgendwas für Gleichbares? Genau Hier verläuft irgendwo dazwischen, Telefon, Videokamera Das ist ein Hammer Wesen-Emoji gibt, man Alter, Scam Scam Gibt doch bei uns smiley für eine Olle, die wischt, oder? Spass Das ist ne Lüge Der Frauenfeindlich Ja Ich brauch auch ein F-Tool, ne? F-Tool Mach ich das direkt jetzt schon mal Ready Der droppt ja einfach nichts, Mann Ja, also ich bitte Ja, also ich bitte Plus 30% Drop Rate Plus 35% Ach, stimmt wegen Event, Leute So behindert Achso, stimmt mit dem, mit dem... Oh, der Beginner-Exchange geht ja nicht kleiner, oder? Ne Ne Ne, ist doch aber gut so Ist auch okay Hacknoops alle, die jedes Mal scheißfragen Da, du Hurensohn Da, du Hurensohn Ja, ist so Ich habe vergessen, mehr Haudis rüber zu traden Egal, wir haben doch jetzt nen Ringmaster, oder? Der hat doch bestimmt auch Haudis Ähm, ja, 130 sollten reichen, oder? Ja Nur Aber ich habe keinen Cast Equip Ja, komm mal, Flavis Bin ich Das Schlechteste, was es gibt hier Ich hab schon mal den Lunge, der braucht nicht so lange im Pessern Egal, besser als nichts Ja, Alter Ach, warte, dann gebe ich noch mein zweites Inch-Muck-D-Clock Hast du noch einen? Nein Leider nicht Ach, der du hast einen Ne, den habe ich schon längst verkauft Soll ich dann wissen, dass ich den Kack nochmal brauche? Was ist ein Glück, dass ich 2 IN-Sets habe, ey Deine gehört mir. Lüge. Ja gut, es gehört Benni. Ja. Benni, seine Accounts gehören mir. Seid ihr schon bei Skyfall drin? Ja. Sag doch was. Was? Wer ist Asan? Keine Ahnung, aber ich brauch mal... Wer ist was? Malou. Ich brauch mal Aserabenbach. Martin, du hast erst mal schön irgendwie in deinem Video 20 Minuten lang die Gilden-TSWP eingeblendet. Du weißt. Ja, dann wird's hier voll. Wahrscheinlich kommt er daher. Warum stehen die auch da drin? Ja, natürlich. Als auch du im Stream noch nie das Geldfenster aufgemacht hast. Ja doch, aber da... Haut doch eh niemand zu, Alter. Die hören doch eh alle nur zu. Ach so, Alter. Ja, ich brauch. Wow. Der Weg lohnt sich hier. Ach, äh, hat jemand übrigens einen Refresher zufällig dabei? Wer ist ich? Ich verstehe. Ich verstehe. Der M. Ich hoffe, du schon mal weiter, Patrick, okay? Und am besten noch einen Acti. Ja, ja. Ich muss erst mal die richtige Leiste finden. Acht. Oder sechst. Oh, ich hab das Casted noch nicht an. Ja, auf acht war's. Oh, endlich Buffs. Nice. Moment, erst mal Casted anziehen hier. Du bist auch ein Vollidot oder du hast mir Wedgeboots M gegeben. Drei Teile reichen für einen Boost. Nein, eben nicht. Für den FP, äh, für die FP und MP Reduction, ja. Oh, du bist ja gestorben, Patrick. Oh, der Treppe ist egal. Ja, oder? Wenn du zu viel Speed hast, kannst du dir nicht hochlaufen. Aber nur wenn du zu viel Speed hast, wenn du langsam bist, geht das. Das heißt, du kommst drauf. Ja, mit meinem Neid bin ich gerade hochgekommen. Nein, weil du eh kein Speed hast. Nein, weil du eh kein Speed hast. Nein, meine Beats sind alle abgelaufen, scheiße. Mein Lauf immer, äh, pünktlich zum SR-Hub. Meine immer einen Tag vorher. Lauf ich halt nur mit 10% Speed rum. Oh, die Stadt ist schon weg, ich weiß. Ja, ich bin gut. Oh, was ein Kack. So viel kann gut sein, ne? Ja, ich bin nicht gestorben. Ähm, erst mal kannst du Zeug finden, Alter. Oh, Rap. Was ist? Ich hab dich aufgefasst. Oh, Mann! Oh, okay. Er, er ist jetzt nice, Digga. Jetzt hab ich nix dazu tun, geil. Bekomm ich auch Buffs? Nein. Nein. Boah, ich hätt gern Buffs. Hier, Kuchenei, bitte RM-Buffs geben. Quick-Step und Ding wenigstens. Ja, hab ich gemacht. Noch Mental, vielleicht. Kuchenei, bitte buffen, bitte buffen. Äh, du machst mal damage. Bitte, bitte, bitte. Da, mehr kriegst du nicht mit Kuchenei. Hey! Hey! Huuuuh! Okay. Kuchenei hat nichts anderes verdient. Aber warum? Hallo, hallo! Als Kuchenei ist. Bye! Aber ich bin Emre. GT wäre, ich weiß. Und, habt ihr was getroppt? Sowas von, wenn GT geil wäre. Wir droppen immer was. Wusstest du das nicht? Also, ich wollte mal meinen geilen Plug-Earring hinweichen. Er ist doch nicht mehr gestorben. Dann bin ich zu laut. Also, leider nichts bekommen. Schade. Achso, ich muss mir gleich irgendwo Schalkis smacken. Eiche. Ich hab vergessen, welche zu kaufen, weil das tut mir leid. Keine Schalkis, keine Holis, keine Ringwahl. Ich hab auf meinem Jester fucking 50 Schalkis, alter. Das ist uns immer wichtig, ja. Ja, dann klar, das ist ein Gewicht. Ich hab auch keine Holis, äh, Schalkis an. Ja, aber ich brauch die auf dem Tank. Ja. Ich lauf mal mit links rum. Ach, warum denn? Ein paar Leute links, ein paar Leute rechts. Warum denn? Zwei links, äh, rechts, und die anderen sechs links. Hm, die Bäume kommen mir bekannt vor. Die Aufteilung, ey. Hm. Hm, irgendwie fehlt hier Damage. Ja, du bist halt low. Hä? Alter, ich komm halt bei dem Totem nicht mal zum H10 so schnell stirbt. Das ist ja. Ach so, muss ich dann weiter? Lass. Das ist ja cool, wenn man auf der Minimap-Miche mal ein Weg oder so wäre. Okay, ist ja ein Weg. Ne. Haha, Bug-User ist tot. Nein, ich bin nicht tot. Zum wievielten Mal? Zum wievielten Mal? Alter, die sind so fett, ne? Holy shit. Ja, ja. Der hat sich auch heilen können. Muss keine Lock-On-Fuden. Du bist nämlich dann gleich an, wenn wir Kalkas laufen. Gut. Dann halt ohne mich. Wir fangen heutzutage noch Kalkas. Was braucht man für die neuen Schmuck-Dateile? Äh, für die neuen Z-Teile, Mann. Also ich hab gehört, dass Ladi meinte, wenn du das Tank-Set von Kalkas hast, von Knight, dann hast du automatisch auch erhöhte Agro bei den Mobs. In den Dungeons. Was? Keine Ahnung, wieso, weshalb, aber... Beläuer aus dem Maul, der Scheiß-Russe. Ist der Russe? Ja, genau wie T-Genau so wie Tetris. Loll, wir spielen auf dem Russen-Surviter, wo ist die Wodka-Party? Ja, warte, Sago ist Türke. Oh, okay, dann ist kein Alkohol erlaubt. Was hab ich jetzt grad getraubt? What the fuck? Dann ist kein Alkohol erlaubt. Oh, da hat jemand ein Begillershit bekommen. So, hat jemand Schauke vermisst? Ja, was du? Komm her. Kauch eine auf meinem Knight und eine auf meinem... Also nicht meim, aber auf dem Ebel. Ja, dann darfst du es gewohnt. Ich will alle Buffs, nee, die brauche ich nicht. Nur die usefulen, bitte. Ich will auch alle Buffs. Ich bin hier im Kurskipp, die haben wir wieder. Ja, du bist ja immer so schnauze, dass ihr gar nichts zu melden. Ich kann auch auf Damage-Grip gehen. Nochmal, alles besser. Ja, dann tu deinen scheiß CS-Pit rein. Wer, echt? Diesen scheiß Fisch. Ich brauche noch 4 Trickers. No, no, no. Gip rura T-Prips brauchen wir. Wollte ich nicht eigentlich mal die Headbox entfernen von riesen Mops? Also von riesen Dingern. Meinten wir. Ja, meinten wir. Ja, das ist Herr Trickers Arbeit, ne? Das müsst ihr ihm sagen. Sag dem her, du motherfucker, Alter. Was denn allerlichtigsten Watt vergessen? Ganz ruhig, ganz ruhig, Braune. Geil. Ja, okay, komm mal los. Nö. Wo ist Buguser? Buguser? Ja. Keine Ahnung. Äh, ich brauche nichts mehr, danke. Buguser steht doch hier. Äh? So, sind wir los, nachdem? Okay, los. Los, Tom, lauf! Niaaum. Geh verrecken. Ja, easy, Alter. Ist das der Endpass? Nee. Ja, doch, das ist der Endpass. Nee, das ist der kleine Bruder. Nee, das ist der kleine Bruder. Eheh, Amazon. Pippe Legs. Nee, ich bin gesilenced, loy. Ich bin gestandt. How oldies? Ach, der Ringmaster. Immer dieses Ringmaster hier. Ja. Jetzt wurde ich nicht gestandt. Aber er macht jetzt zum Glück keine Range-Attacken mehr, der Hurensohn. Und läuft nicht so dumm weg. Hm, stimmt. Anscheinend. Oh, ich muss mal mein Handy ein Akko schließen, Alter. Hat doch den Scheiß, gell? Mann, Hit überlebt. Sehr schön. Ach, den geht gut down. Ja. Ha, pff. Digga, mein Schaden ist auch, heh. Oh, schau mal. Er läuft im Glück nicht mehr so kraftvoll. Ah, das ist halt jetzt echt worth da Cursed Mind drauf zu machen, ne? Ja, schon. Weil wir nur Caster sind. Hallo, was macht der Typ denn halt da? Ist der irgendwie behindert? Also ein bisschen verpackt ist er noch. Ich glaub, der Reset hat, oder? Ich glaub, der Reset hat, oder? Nee, der Reset hat nicht. Wir stehen genau auf dem Spot. Ach so, nur... Wir müssen halt wahrscheinlich nur stacken, damit er nicht ganz so krass rumbuckt. Nur ich krieg den Stun-Up. Ist in Ordnung. Stun-Up, oder? Nee, bin ich nicht. Können wir gerne machen. Warum castet man die ja das nicht? Ach, weil es weiter ist okay. Ich glaub, es wird sich lohnen, wenn Xilex sowas so einfach nur... Ähm... Äh... Curse Wander. Weil der Match von die Media jetzt nicht so krass ist. Ich glaub, Baku, ihr seid damit jetzt noch nicht ergangen. Was? Noch nicht? Vorhin hat Baku so weniger damage gemacht. Hast du gezeigt? Weniger als 80, ja? Ja. Mach 3, Moody. Jetzt haut drauf. Ja, schön, dass meine... Ach geht doch. Es zahlt uns, ist halt schon geil, ne? Ja, das ist richtig neus. Ja, der ist richtig mega geil. Besser geht kaum. Es gibt nichts besseres, das ist ja klar. Doch, das dann. Ja, und wenn der scheiße eben keine Skills macht. Ach, du bist scheiße dann. Mach gar nichts. Wo ist mein Damage hin, what the fuck? Oh wow. Ja. Oh wow. Oh. Oh. Das Ding läuft mit Amok. Nice. Hauptsache ich krieg keinen stun ab. Mhm. Hauptsache nur Bug-User. Hups, greif. Hup. Noch 100 Mio, yay. Warum müssen eigentlich keiner mehr online, what the fuck? Haben irgendwie so viele... Haben die guten Spieler gequittert? Oder die Nubes? Oder die Casuals? Oder die... Später. Okay. Boah, sind wir Patch-Notes hier? 1,14, 1,13. Die haben... Behemoth-Drops in Priest? Okay. Also warte mal, wenn man mal die 17% abzieht, dann wären das... 83%, die wir nichts gedroppt hätten. Aber da dieser verfickte... Da es ja dieses fickte Event ist, ist das nochmal plus 20. Und dann nochmal plus 10. Und dann nochmal motherfucking plus 5. Wegen den Treue-Buffs. Und wir droppen eh auch noch nichts. Was ist das für Mathematik? Das plus 20 muss ich ausnutzen zum Leveln, ja. Was ist das für Mathematik? Wo? Was ist Mathematik? Was für Mathematik? Was Mathematik? Was Mathematik? Das Ding ist, du machst dann noch zu... Base-Drop-Rate kommen wir dann die Prozente dazu. Das heißt, du wirst niemals 100% Drop-Rate erreichen. Du Scheiße! Das ist Mathematik. Und warum genau ist der... Oder wie steht's hier? Achso, hat eigentlich jemand Bock mich zu Re-Buffen, oder nicht so? Nööööö... Eigentlich nicht. Okay. Hä, die canceln bis 6, weil sie jetzt OP ist, oder? Weil sie auf einmal gewerkt haben, dass es OP ist oder nicht? Ja, weil sie, weil sie es, ja, weil es OP ist, plötzlich und weil sie es patchen waren. Äh, Tom, buff dich bitte, Tom, buff dich bitte. Ja, Tom, buff dich bitte. Ich bin gestorben. Spass dich mal, heal dich mal. Ja, weil ich keine Buffs bekomme, Alter. Du kannst dich trotzdem healen. Ja, ne. Alles klar. Lakottencuden solltest du trotzdem. Nein, das geht nicht. Jetzt schützt die ganze Welt. Hä, warum denn? Lebe doch. Leber. Ach, jetzt nicht mehr. Ah, doch. Ich lebe noch. Ha, rip. Ich versteh's nicht, irgendwie. Ich meine, jetzt irgendwie, keine Ahnung, zwei Monate lang war Secret Room vollkommen in Ordnung, jetzt auf einmal nicht mehr. Ja, und auf einmal ist es zu OP. Auf einmal, wenn Olymp das nicht mehr hat. Auf einmal, weil Olymp das nicht mehr hat, so wie Thomas sagt. Ja, deswegen Slash. Weil der Olymp das nicht mehr hat. Ja. Ja. Aber vorher, als sie das hatten, zwei Wochen lang, hat er keinen Mox von sich gegeben. Ohne Witz. Ich meine, damit verkraulen die sich einfach die Spieler. Das ist halt. Ja. Sonst ist es einfach selbst schockt. Ja. 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 Ja.